Was, wenn eine erwiesen erfundene Schauung doch wahr ist? Was, wenn es erfunden wurde, um den Papstanwärter zu pushen und dann alles in dieser Schauung sich als richtig entpuppte? Aber der Reihe nach. In diesem Video sehen wir uns an, was ein Gegenpapst ist, welche Schauungen Malachias ablieferte und nicht zuletzt, wer der letzte Gegenpapst war. Neugierig? Dann begleitet mich. Das Missnarium im Blick. Immer mal wieder liest man die Begrifflichkeit Gegenpapst. Es scheint wohl, als wäre es ein wichtiger Begriff, aber was steckt dahinter? Lasst uns das mal zuallererst durchleuchten. Was ist also ein Gegenpapst? Auf Lateinisch Antipapa wird eine Person bezeichnet, die während der Amtszeit eines kanonisch gewählten Papstes, der also nicht verstorben ist und auch nicht abgedankt hat, und im Gegensatz zu diesem von bestimmten Autoritäten zum Papst ernannt wurde. Im weiteren Sinne werden auch ernannte Nachfolger verstorbener Päpste, deren Anspruch nicht akzeptiert wurde und die einem später eingesetzten, aber anerkannten Papstunterlagen als Gegenpäpste eingestuft. Durch Begriffsunschärfe, Parteilichkeit, unklaren Wahl- und Ernennungsmodus sowie lückenhafte Überliefer und schwankt die Anzahl der historisch wahrgenommenen Gegenpäpste. Die Angaben liegen zwischen 25 und 40. Bei einigen Päpsten ist schwierig festzustellen, ob sie rechtmäßig oder unrechtmäßig im Amt waren. Gegenpäpste, die wie etwa Sergius III. später zum legitimen Papst wurden, werden nicht immer als Gegenpapst gezählt. Manche Gegenpäpste, wie etwa Benedikt X. oder Johannes XVI., wurden zeitweise als legitim anerkannt und gingen so in die Zählung der jeweiligen Papstnamen ein. Die Zeitspanne historisch bekannter und bedeutsamer Gegenpäpste reicht von Hippolyt von Rom, dieser amtierte von 217 bis 235 bis Felix V. 1439 bis 1449. Hohe Zeit des Gegenpapsttums war das abendländische Schisma von 1378 bis 1417, in dem die konkurrierenden Papstansprüche in Rom, Avignon und ab 1409 auch Pisa die katholische Christenheit spalteten. Vor kurzem berichtete ich euch bereits von einem Papst, der für seine Schauungen bekannt wurde. Und noch etwas machte ihn besonders. Lasst es mich euch erzählen, denn ich finde es durchaus spannend und zu unserem Thema passend. Es waren einmal zwei Päpste. Sie trugen den gleichen Namen. Sie riefen beide ein Konzil ein. Und doch ist das Andenken an den mittelalterlichen Johannes des 23. bis heute getrübt. Dabei setzte er sich maßgeblich für die Lösung eines großen innerkirchlichen Konflikts ein. Fällt der Name des mittlerweile heiliggesprochenen Papstes Johannes des 23., also dem, über dem ich euch bereits berichtete, so taucht das Bild eines kleinen, dicken und grundgütigen Mannes in weißer Kleidung auf, der das Zweite Vatikanische Konzil einberief. Doch vor 600 Jahren gab es schon einmal einen Papst mit diesem Namen, der ebenfalls ein Konzil zusammenrief. Sein Ruf allerdings ist so dunkel, wie der des Anderen hell ist. Warum taucht er immer wieder auf Listen der schlechtesten Päpste auf? Das Leben des 1. Johannes des 23. wird, wie ich bereits erwähnte, vom großen abendländischen Schisma bestimmt, das zwischen 1378 und 1417 die katholische Kirche in zwei Teile zerriss. Ein Papst saß in Rom, der andere in Avignon. Welcher der Rechtmäßige war, wusste eigentlich keiner genau, auch wenn beide fest davon überzeugt waren, dass nur sie allein wahrer Papst seien und der andere ein Schismatiker. Diese schwierige Zeit bestimmte das Leben von Baldassare Cossa, der als Johannes der 23. hochaufstieg und tief fiel. Er starb vor über 600 Jahren, in Florenz, nur wenige Monate nach seiner Rehabilitierung und der Wiederaufnahme ins Kardinalskollegium. Johannes der 23. hatte das Pech, von seinem Zeitgenossen Dietrich von Niem literarisch hingerichtet zu werden. Von dessen ätzendem Urteil, kombiniert mit dem Prozess zu Johannesses Absetzung beim Konstanzer Konzil, blieb das Bild eines Mannes mit schweren charakterlichen Fehlern haften. Das verdeckt seine eigentliche Leistung, nämlich intensiv an der Lösung des Schismas mitgearbeitet zu haben, unter einsatzeigener, finanzieller Mittel. Wenn euch sein Leben näher interessiert, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich gerne auch über ihm ein Video machen. Für jetzt muss uns genügen, dass er aus gutem Hause stammte und zügig Karriere im Dienst der Kirche machte. Er wurde Kardinal, ohne vorher je Priester oder Bischof gewesen zu sein. Das große Schisma, die Spaltung zwischen orthodoxer und römisch-katholischer Kirche, wurde als großes Ärgernis betrachtet. Bei einem einberufenen Konzil wählten die anwesenden Kardinäle zwar einen Papst, doch konnte sich Alexander V. nicht überall durchsetzen. Nun gab es also sogar drei statt zwei Päpste. Als Alexander V. überraschend starb, schlug die Stunde von Baldassare Kossa. Er wurde zum Papst gewählt, nicht weil er ein spirituell vorbildlicher Mann war, sondern weil man ihm zutraute, die verfahrene Situation zu lösen. Drei Päpste waren schließlich zwei zu viel. In der Hoffnung, sich endgültig als universal anerkannter Papst durchzusetzen, ließ er sich darauf ein, mit König Sigismund ein Konzil in Konstanz abzuhalten, das die drängendsten Probleme der Kirche lösen sollte. Das jedoch ging für unseren Johannes den 23. gründlich schief. Er war der Erste der drei Päpste, der fiel. Ihm wurde ein Prozess gemacht, der zu seiner Abdankung führte. Fluchtartig verließ er Konstanz, wurde aber gefangen genommen und in Abwesenheit abgesetzt. Und schwups landete der Erste Johannes der 23. auf der Liste der Gegenpäpste, obwohl nicht alle Historiker dieses Urteil teilen. Heute macht man sich eigentlich eher die Auffassung aus der Zeit des Schismas zu eigen und sieht im römischen Avignona und dann Pisana Papsttum drei nebeneinander laufende Linien, die mit der Wahl von Martin V. wieder zu einer Linie zusammengehen. Ihr seht, das mit den Gegenpäpsten ist gar nicht so einfach und gab's durchaus mehrfach in der Geschichte. Was uns nun zur Papstweissagung des Malachias bringt. In einem früheren Video legte ich bereits dar, dass diese Schauungen ja eigentlich nicht wahr sind. Freunde von mir, waschechte Italiener schwören Stein und Bein, dass was dran ist. Was also? Und wenn sie nun doch echt wäre? Dann stünde die Menschheit heute am Anfang der apokalyptischen Endzeit. Versteht mich nicht falsch, es gibt zig Meinungen dazu. Und da ich immer mal wieder über die Schauungen des Malachias stolpere, möchte ich euch meine Überlegungen zur sogenannten Papstweissagung nicht vorenthalten. Auf der Suche zu diesem Thema stieß ich auf eine interessante Publikation, in der es heißt, dass nach Papst Franziskus mindestens noch drei weitere Päpste kommen. Unsere Gegenwart wäre demnach bereits Anfang der apokalyptischen Endzeit. Lasst mich euch das Gelesene erläutern, denn das klingt absolut logisch. 1595 erschien in Venedig unter dem Titel Lignum vital, ornamentum und decus ecclesiae, ein opulentes Werk. Der belgische Benediktiner Arnold Vion hatte in zwei Bänden alles zusammengetragen, was damals über seinen Orden bekannt war. Im 40. Kapitel des zweiten Buches findet sich an relativ versteckter Stelle unter dem Eintrag der Bischöfe von Dunau, Downpatrick in Nordirland, der heilige Malachias, Bischof von 1124 bis zu seinem Tode am 2. November 1148. Zuvor Abt des bedeutendsten Klosters der britischen Inseln, Bangor, war er bis auch Erzbischof von Arma. Der heilige Bernhard von Clairvaux habe seine Lebensbeschreibung verfasst, dazu existierten drei Briefe. Malachias wäre ein fleißiger Autor gewesen und hätte eine ganze Reihe kleinerer Werke geschrieben, die aber weitgehend unbekannt geblieben seien. In diesem Zusammenhang erwähnt Vion explizit die Prophetie Malachias über die Päpste, die Prophetia S. Malachia Archiepiscopi, des Summis Pontificibu, die er mit abdruckt. Zu insgesamt 112 unbenannten Päpsten gibt es jeweils eine Beschreibung von mindestens zwei, maximal vier Worten. Die letzte, also die 112. nennt einen Petrus Romanus. Seine Zuschreibung ist die längste von allen. Er wird amtieren in Persekutione extrema S. R. E. in der letzten und gefährlichsten Verfolgung der heiligen römischen Kirche. Dieser allerletzte Papst wird die Schafe weiden in einer Zeit vieler Bedrängnisse. Und nach all diesen Katastrophen wird die Stadt der sieben Hügel, das heißt also Rom, zerstört werden und iudex tremendus iudicabet populum sum. Finis, das Weltgericht, lässt die Menschen erzittern. Vielleicht auch, weil es für eine große Mehrheit am Ende völlig unerwartet kommt. Dass Malachias tatsächlich in Rom war und den Papst aufgesucht hat, ist unbestritten. Auch werden ihm schon zeitgenössisch viele Wunder zugeschrieben. Die Kritik hat dagegen gehalten, dass der heilige Bernhard eine von Malachias verfasste Papstweissagung mit keinem Wort erwähne. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass die Schrift 450 Jahre lang praktisch unbekannt geblieben sei. Der Text sei tatsächlich erst Ende des 16. Jahrhunderts entstanden, möglicherweise im Umfeld des Doppelkonklaves von 1590. Spätere Autoren haben dann hinzugefügt, es müsse wohl Philipp Neri gewesen sein, der die Prophezeiung geschaffen habe. Ein wirklicher Beleg für dessen Autorenschaft fehlt. Dass erst lange Zeit nach dem Tode des Verfassers noch Schriften bekannt werden, die diesem zugeordnet werden können, ist so ungewöhnlich nicht. Die Erfindung des Buchdrucks machte viele Handschriften erst zugänglich. 2015 hat der italienische Historiker Antonini nachgewiesen, dass die Malachias-Prophezeiung in jedem Falle vor 1595 und auch bereits vor dem Konklave von 1590 bekannt war. Ein von ihm entdeckter Brief vom 27. Juni 1587 hält fest, es existiere eine sicher alte Prophezeiung von Malachias und zitiert zwei Passagen. Wäre die Weissagung tatsächlich eine Fälschung vom Ende des 16. Jahrhunderts, dann hätte es nahegelegen, das größte Ereignis der Zeit, die Reformation und Martin Luther, deutlich herauszuheben. Malachias scheint aber dazu zu schweigen. Ebenfalls nicht rational nachvollziehbar ist die Tatsache, dass die Prophetie neben den Päpsten auch viele Gegenpäpste beschreibt, allerdings nicht alle. Das sind Widersprüche über Widersprüche, die ein Fälscher von vornherein auszuschließen bedacht gewesen wäre. Im gedruckten Text von 1595 finden sich bereits zu jeder Weisagung die Namen der dazugehörigen Päpste bis auf Clemens den 8. 1592 bis 1605 und bis zu Urban den 7. 1590 auch der Versuch einer Erklärung der Sinnsprüche. Der Herausgeber Vion hebt allerdings im Nachsatz ausdrücklich hervor, dass die Zusätze zur eigentlichen Weissagung gar nicht von Malachias stammen. Für die Interpretation der Weissagung ist es unerheblich, wer diese Zusätze nun wirklich verfasst hat. Entscheidend ist, vom ursprünglichen Verfasser stammen nur die eigentlichen Prophezeiungen zu den einzelnen Päpsten, die als Sinnsprüche verfasst worden sind. Sowohl deren Zuordnung zu den einzelnen Päpsten wie ihre Erläuterung sind nachträglich aus fremder Hand hinzugefügt worden. Bis in die Gegenwart hat man aber die nach Crux Romulea, das bei Vion Clemens den 8. zugeordnet ist, folgenden Sinnsprüche einfach mit den nächsten Päpsten verbunden. Damit wäre nach der gängigen, bislang völlig unbestrittenen Sicht der Dinge Papst Franziskus als Petrus Romanus der letzte Papst der Weissagung. Wir stünden unmittelbar vor oder gar in der Apokalypse. Schon ein näherer Blick auf die bei Vion von fremder Hand erfolgte Zuordnung zu den ursprünglich verfassten prophetischen Aussagen lässt aber erkennen, dass die damit durchgeführte Interpretation nicht stimmen kann. So wird mehrfach die chronologische Reihenfolge der Päpste, die der Weissagung zugrunde liegt, missachtet. Dass ein Papst wie Urban VI. mit dem zweifelhaften Attribut De Inferno Pregnati aus der schwangeren Hölle, der gegen Papst Clemens den 7. aber mit De Cruze Apostolica positiv charakterisiert wird, ist auch bei genauerer Betrachtung nicht einleuchtend. Ähnliches gilt für Amator Cruces, Verehrer des Kreuzes, was angeblich den Gegenpapst Felix V. kennzeichnen soll. Die Gegenpäpste sind der wahre Schlüssel zur wirklichen Zuordnung der Weissagung zu einem Papst. Dass die Prophezeiung tatsächlich auch Gegenpäpste enthält, wird durch Kennzeichnungen wie Corvus Schismaticus oder Schisma Barchinonio hinreichend belegt. Allerdings ergibt die historische Überprüfung, dass drei angebliche enthaltene Gegenpäpste mit der ursprünglichen Prophezeiung nichts zu tun haben können. Ihre Einfügung im Druck von 1595 ist falsch. Korrigiert man diese offensichtliche Fehlinterpretation, dann verschiebt sich die bei Vion vorgegebene Zuordnung von Prophetie und Päpsten ab Amator Cruces chronologisch um drei Plätze. Amator Cruces steht danach für Papst Pius II. 1458 bis 1464. Dieser versuchte, die Fürsten des christlichen Abendlandes zu einem gemeinsamen Feldzug gegen die Türken zu bewegen. Als das scheiterte, wollte er selbst einen Kreuzzug anführen, starb aber zuvor in Ancona, wo bereits eine Kreuzzugsflotte vor Anker lag. Jede Prophezeiung erschließt sich erst wirklich, nachdem sie auch eingetreten ist. Falls es tatsächlich eine Schau zukünftiger Ereignisse geben sollte, und sowohl das Alte wie vor allem das Neue Testament sind da sehr dezidiert, dann sind Interpretationen, wie sie bislang gängig gewesen sind, völlig unbrauchbar. Die Mehrzahl bisheriger Erklärungen stützt sich auf das jeweilige Wappen des Papstes. Reale Weisargung hat aber nichts mit Banalitäten am Hut. In ein Wappen kann man nun in der Tat alles und jedes hineindeuten. Auch ist es egal, ob der gewählte Anführer der katholischen Christenheit nun aus Pisa oder Venedig stammte. Eine wirkliche Prophezeiung dreht sich nicht darum, zukünftige Personen zu identifizieren, sondern im Mittelpunkt stehen zentrale Ereignisse, die bei Malachias mit dem jeweiligen Papst und seinem Verhalten unmittelbar verbunden sind. Letztendlich geht es also um nichts weniger als um die katholische Christenheit. Mehr noch, um das Schicksal der ganzen Menschheit. Ein zweites muss notwendigerweise hinzugefügt werden. Propheten sind Seher, das heißt, sie sehen zukünftige Ereignisse. Ob sie dabei auch etwas hören, ist umstritten, und selbstverständlich bleiben sie Kinder ihrer Zeit. Wenn sie also Gegenstände oder Entwicklungen der Zukunft sehen, beschreiben sie diese mit Bildern ihrer eigenen Gegenwart. Plötzlich taucht sogar ein Luther auf. Legt man diese Muster auf die Prophetia S. Malachie an, so ergeben sich für einen Historiker der Jetztzeit ganz erstaunliche Ergebnisse. Und dann löst sich auch ein immer wieder unterstellter angeblicher Bruch zwischen den Sinnsprüchen vor und nach 1595 auf, wie früher Sommernebel im Juni. Und tatsächlich taucht dann plötzlich sogar ein Luther auf. Für eine ausführliche historische und, wie ich denke, zutreffende Zuordnung der einzelnen Päpste zu den Weissagungen des Malachias bin ich wohl nicht die richtige. Mir fehlt dafür dann doch das Hintergrundwissen, das dringend notwendig ist, um alle Detailtreue einzuordnen. Immerhin möchte ich auf einige bedeutsame Neuinterpretationen hinweisen, die sich aus dem hier vorgestellten Ansatz ergeben und abschließend auf die Päpste der Gegenwart näher eingehen, die in diesem Artikel behandelt wurden. Die Haltung Urbens des Achten im Dreißigjährigen Krieg ist mit Undosus Wir, schwankender Mann, treffend charakterisiert. Ihm wurde schon zeitgenössisch von katholischer Seite der Vorwurf gemacht, sein Wankelmut habe die faktische Niederlage des Kaisers und des Katholizismus im Heiligen Römischen Reich nicht nur befördert, sondern erst möglich gemacht. Gaines perversa, schlechte Verwandtschaft, kennzeichnet das Papsttum unter Innozenz den 10. 1604 in 40 bis 1653, währenddessen nicht der Papst selbst, sondern die Witwe seines Bruders, Donna Olympia Maidalchini, vom Volk Papessa genannt, faktisch die Curie beherrschte. In Tribulatione Parches beschreibt sehr gut die politischen Schwierigkeiten Alexanders des 7. 1655 bis 1667 nach dem westfälischen Frieden. Mit Montium Custos, Wächter der Berge, könnte Innozenz der 9. 1676 bis 1889 kaum besser charakterisiert werden. Unter dem 1683 mit der Schlacht am Kahlenberg Wien von der Belagerung der Türken befreit, das Reich vom Zugriff des Islam bewahrt wurde und das Osmanische Imperium endgültig in Europa in die Defensive geriet. Auffällig viele Sinnsprüche sind negativ gehalten. Das mag nicht allein mit schlechten Päpsten, sondern mit verhängnisvollen historischen Entwicklungen zur Zeit des Papstes, der mit diesem Sinnspruch charakterisiert wird, erklärt werden. Dazu kommt, dass auch auf den ersten Blick positive Zuschreibungen bei näherer Betrachtung durchaus eine dunkle Seite offenbaren können. Ein charakteristisches Beispiel ist Ignis Adens, brennendes Feuer, das nach der Interpretation des Verfassers von Malachias auf Pius XII. gemünzt ist. Der Historiker denkt sofort an die Enzyklika mit brennender Sorge, die zwar unter Pius XI. veröffentlicht wurde, die aber nach Motivation, Inhalt und Text ganz vom späteren Papst Pius XII. Eine weitere Erklärung bietet sich dem Historiker an. Hätte ein wirklicher Seher das Zünden der ersten Atombombe über Hiroshima im Mittelalter nicht als brennendes Feuer beschrieben? Religio depopulata, verwüstete Religion oder freier auch als Flucht aus der Religion übersetzbar, gehört nach der neu geschaffenen Ordnung der Weissagung zu Johannes XXIII. Dass das Zweite Vatikanische Konzil genau diese Folgen gehabt hat, ist aus der Sicht eines Allgemeinhistorikers, der in seiner historischen Beurteilung auch die Maxime a fructibus eorum cognoscetis eos zugrunde legen muss, unbestritten. Über die innerkirchlichen Auseinandersetzungen um Verantwortung oder gar Schuld, die wiederum aus der Sicht von außen anscheinend zunehmend verbitterter geführt werden, ist damit nichts gesagt. Paul VI. wird mit Fides in trepida beschrieben. Wortwörtlich kann man dies mit unerschrockener Glaube übersetzen. Intuitiv denkt dabei der Historiker an die Haltung Paul VI. in Grundsatzfragen des menschlichen Lebens und der Sexualmoral, seine klare Abgrenzung vom Geist der Zeit, seine Enzyklika Humane Vitae, die angesichts der aktuellen Entwicklung in der Genforschung von ihrer ursprünglichen Brisanz nichts verloren hat. Aber ich muss auch darauf hinweisen, dass der Sinnspruch sich ins Negative verkehrt, wenn er als Fides in trepida gelesen wird. Dann ließe es sich mit verwirrender Glaube oder Glaube in unruhevoller, angstvoller, misslicher Lage übersetzen. Der Historiker ist immer bemüht, zur Beantwortung von Unklarheiten die ursprüngliche Quelle heranzuziehen. Im gedruckten Werk von 1594 steht tatsächlich Fides in trepida. Allerdings ist die Originalhandschrift, die dem Druck zugrunde liegt, bis heute nie aufgetaucht. Dass falsche Zusammenschreibungen im Druck vorkamen, ist nachweisbar. So steht da de cruce, wo es richtig de cruce heißen müsste. Nicht ganz auszuschließen ist auch, dass der Seher mit seiner Zuschreibung ganz bewusst eine doppeldeutige Aussage beabsichtigt hat. Gerade Historiker müssen immer wieder erfahren, dass Menschen in der Geschichte nur selten ganz weiß oder ganz schwarz erscheinen. Häufig verbirgt sich im Weißen viel Schwarzes oder auch umgekehrt. Vielleicht bringt erst die Zukunft Klarheit. Von Johannes Paul I., Pastor Angelicus, ist lebhaft nur das offizielle Porträt in Erinnerung geblieben, das für wenige Wochen an die Touristen am Petersplatz verkauft wurde. Auf diesem schien der Papst tatsächlich eine Art himmlisches Lächeln auszustrahlen. Pastor Unnauter dagegen trifft auf Johannes Paul II. unumschränkt zu. Auf der einen Seite hat er, vielleicht mehr als die unmittelbaren Vorgänger, seine Hauptaufgabe in der pastoralen Seelsorge gesehen. Auf der anderen Seite hat kein Papst vor ihm so viele unterschiedliche Länder und Völker besucht. Natürlich gab es im Mittelalter keine Flugzeuge. Dass der Seher deshalb das Reisen über sehr weite Entfernungen mit dem Schiff in Verbindung bringt, erscheint plausibel. Benedikt XVI. wird als Flos Florum gekennzeichnet. Die Blüte und die Blume stehen innerkirchlich für Maria. Der Ausdruck mag also auf eine starke Marienfrömmigkeit anspielen. In der Tat hat kein Papst in seinem Pontifikat mehr goldene Rosen, eine päpstliche Auszeichnung vergeben, als gerade Benedikt. Insgesamt 16 Mal. Franziskus, soweit ich rausbekommen konnte, dreimal, aber dafür habe ich keine Gewehr. Andere Interpretationen sind ebenfalls denkbar. Flos Florum kann im Lateinischen auch bildlich als blühender Zustand, als eine Art Kulminationspunkt verstanden werden. Schließlich beschreibt die Wendung Flores rerum dezerpere, die Kunst der Auslegung, in etwa das Beste aus den Schriften ziehen. Das sind zugegebenermaßen nur unbefriedigende Interpretationsversuche. Vielleicht ist der Zusammenhang zur Gegenwart noch zu nah, sodass erst in der Zukunft klarer werden wird, was wirklich gemeint sein mag. Dagegen hat man schon vor über einem halben Jahrhundert, als selbst nach der alten Zuordnung noch völlig unklar war, welcher Papst damit verbunden werden würde, den Sinnspruch dem Medietate Lunae als einen der dunkelsten aller Papst-Prophezeiungen gedeutet. Und schon damals, als das politisch noch gar nicht absehbar war, wurde mit dem Halbmond an erster Stelle das Vordringen des Islam verbunden. In der christlichen Tradition steht der Mond zudem als Synonym für die Welt und das Weltliche. So hat man früh daraus den Schluss gezogen, der unter diesem Zeichen stehende Papst würde entweder unter stark weltlichen Gesichtspunkten gewählt, oder er wäre selbst innerlich gespalten, dem weltlichen Geist zu einer Hälfte, der geistlichen Seite zur anderen Hälfte zugeneigt. Aus heutiger Sicht ließe sich auch argumentieren, die Hälfte des Mondes symbolisiere eine Papstherrschaft, die nur geteilt erscheint. Nach Franziskus kommen in der hier zitierten, neu geordneten Papstweissagung des Malachias mindestens noch drei weitere Päpste. Unsere Gegenwart wäre bereits Anfang der apokalyptischen Endzeit. De Labore Solis soll nach übereinstimmender Interpretation der Vergangenheit einen Papst ankündigen, unter dem sich ein Ereignis kosmischen Ausmaßes vollziehen wird, vielleicht ein riesiger Meteor oder Asteroid, der der Erde nahe kommt und die Sonne verdunkelt. Gloriae Oliwai wurde immer mit Israel und dem Judentum in Verbindung gebracht. Vielleicht ist ein zukünftiger Papst ursprünglich Jude. Oder der Staat Israel vollbringt eine Tat, die die ganze Menschheitsgeschichte positiv beeinflusst. Früher hätte man sicher auch angenommen, unter diesem Papst würde sich die Bekehrung zumindest eines großen Teils der Juden zum Christentum vollziehen. Da sieht man, wie groß das Ego der Kirche ist. Sorry, aber der musste sei. Der Abschnitt über die letzte und größte Verfolgung der Christenheit unter dem finalen Papst Petrus Romanus hat wegen der merkwürdigen Punktsetzung im Erstdruck von 1595 zu verschiedenen Spekulationen Anlass gegeben. Manche meinen, im Druck wäre durch einen Satzfehler eine weitere Papstzuschreibung weggefallen. Andere sehen die Zeichen nicht als drucktechnisch falsch gesetzte Satzpunkte, sondern als belanglose Flecken, die mit dem Druck in die Öffentlichkeit transportiert wurden. Wie das auch immer sein mag, eines steht fest, sollte die Papstweissagung des Malachiers tatsächlich echt sein, dann werden zumindest unsere Kinder und Enkel Zeitzeugen der Apokalypse sein. Wenn die Deutung des Verfassers dieses Artikels zutrifft. Ich persönlich bin ja sehr skeptisch, ob die Schauungen wirklich echt sind, aber wie ich bereits in meinem ersten Video sagte, Der Autor des hier vorgestellten Artikels lehrt neueste Geschichte an der Universität Bayreuth. Sein an dieser Stelle leicht gekürzter Aufsatz erscheint im vollen Umfang im August-September-Heft des Vatikan-Magazins der Jahres 2019. Sollte also jemand von euch Interesse daran haben? Was kommt, werden wir eh erst dann wissen, wenn es eingetroffen ist. Daher hilft nur, ruhig bleiben und abzuwarten. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen, indem ihr meine Videos fleißig teilt, damit ich auch weiterhin im Bereich Profitin-Videos erstellen kann. Denen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, ein von Herzen kommendes Vergelts-Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit in Worte fassen soll. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Das würde meinem Kanal sehr weiterhelfen, da der Algorithmus von YouTube auf Abos und Likes konditioniert ist und nur so meine Videos auch anderen Zuschauern vorgeschlagen werden. Wie gesagt, auch ein Abo würde mich sehr freuen. Aktiviert am besten die Glocke, denn nur so werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein weiteres Video veröffentlicht habe. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium. Die Glocke, 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 die